Entschuldigung, ich müsste einmal da. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Unglaublich, Jessica. Ein Animationsfilm über mich. Naja, Sie spielen eher wohl eine Nebenrolle, Herr Professor. Salz in der Suppe spielt auch eine Nebenrolle. Aber was wäre die Suppe ohne Salz? Zur Feier des Tages habe ich etwas ganz Besonderes mitgebracht. Was denn? Meine eigens konstruierte 3D-Brille. Aber wir haben doch welche. Die kannst du schon wegschmeißen. Damit fängt eine neue Ära an. Drei, zwei, eins. Ich muss das Ganze wohl genau falsch herumprogrammiert haben. Ah!